Ein Stromausfall sorgte heute Morgen kurz für Irritation bei der SG Sonnenhof Großasbach. Doch trotz zuletzt fünf Spielen in drei Wochen, der Dorfklub hat auch nach dem hart umkämpften 0 zu 0 gestern Abend im Heimspiel gegen Rostock noch Energie. Ja, wir müssen noch Energie haben, weil wir am Samstag schon wieder ein Spiel haben. Natürlich ist jetzt Regeneration und Pflege angesagt, das ist jetzt ganz wichtig. Man sieht auch jetzt an den Ausfällen, die englischen Wochen zehren schon und das darf man auf keinen Fall unterschätzen. Trotz teils guter Leistungen gab es für den Dorfklub zuletzt neun Spiele ohne Sieg. Am Wochenende dann endlich der Erfolg bei Fortuna Köln. Gestern der Punktgewinn gegen Rostock. Erleichterung macht sich breit. Du musst natürlich immer an dich glauben. Du darfst dich nicht aufgeben und an dir zweifeln. Es war ganz wichtig, dass wir da einen kühlen Kopf bewahren, weil die Leistung war ansprechend, die Ergebnisse haben nicht gepasst. Und wir wussten auch, dass irgendwann, wenn du immer gut spielst, wirst du auch mal wieder ein gutes Ergebnis bringen. Und das war jetzt Gott sei Dank der Fall gegen Fortuna Köln. War ein klasses Spiel. Jetzt gestern auch wieder sehr leidenschaftlich verteidigt am Schluss. Das spricht für die Mannschaft und wir müssen jetzt am Samstag gegen Halle einfach so weitermachen. Am Ende zählen immer die Punkte. Aber wir haben jetzt vier Punkte geholt und jetzt kommen Gegner von unten. Das sind direkte Duelle. Da müssen wir jetzt auch liefern und dann wieder Punkte sammeln. Denn acht Spiele sind noch zu gehen, fast ausschließlich gegen Teams, die aktuell noch hinter Großaspers stehen. Den Anfang macht am Samstag um 14 Uhr das Heimspiel gegen den 13. Hallescher FC. Das ist Drittliga pur plus Zweite Liga. Die haben so einen erfahrenen Kader mit wirklich sehr gestandenen Spielern. Und das ist eine Mannschaft, die mit Sicherheit viel höher angesiedelt ist, meiner Meinung nach. Aber sie stehen auch nicht so gut da. Und für uns heißt es da höllisch aufpassen. Zwei bis drei Siege noch und die SG dürfte durch sein. Und auch der Stromausfall in Asbach war schnell behoben. Sogar das Flutlicht strahlte danach mit der Sonne um die Wette.